Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld New & Tasty. Aber diesmal nicht nur New & Tasty, sondern auch Alphs Escape. Denn wir wollen ja noch den DLC spielen. Und ja, in dem DLC kann ich schon mal eins vorweg sagen, gibt es einen Mudaken zu retten. Nämlich den Alph. Und ja, das wird ein bisschen schwieriger. Macht aber auch sehr Bock. Nein, wir wollen nicht das Intro sehen. Okay, dann fangen wir mal an. Was ich eben gerade gesehen habe, ich habe nur 97%. Das habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon gesehen. Das kommt aber daher, dass im Konferenzraum 0% stehen. Und keine Zeit. Irgendwie wurde das nicht gespeichert, keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall, haben wir das letzte Mal gesehen, die 299 Mudaken gerettet. Und ja, deswegen können wir jetzt Alphs Escape machen. Konnten wir auch schon vorher machen. Aber das ist quasi der eine Mudaken, der noch fehlt zu den 300. Fangen wir mal an. Äh, ja. Das haben wir ja, wir wissen ja, wie die Steuerung geht. Sollte ich mal wissen, ich habe gerade dreimal die falsche Taste gedrückt. Na gut. Hier ist quasi nochmal so ein bisschen Einführung. Was auch ganz gut ist. Brauche ich noch nicht. Ich beichne das auch mal gut. So, da unten hätten wir schon ein Slick. Ich muss mal ein bisschen lauter bei mir hier machen. Wo ist die Ferne? Da ist die Ferne. Ich höre nix. Sag mal, wo ist die, ne? Hier gibt es auch keine Geheimgänge. Deswegen müssen wir hier auch nicht viel rumgucken. Hier ist auf jeden Fall Spökes. Können wir noch unten fahren? Ich kann mich hier echt kaum noch dran erinnern. Auf jeden Fall, den Slick brauchen wir nicht weiter, weil hier ist Ende. Wir fahren aber das Ding noch nach oben. Dann wird man gleich nicht noch Sturzschaden kriegen. So. Diese ganzen Türen hier werden, glaube ich, am Ende noch ihren Sinn haben. Der Dampf wird auch noch seinen Sinn haben. Weil wir kommen nämlich hier nochmal zurück. Fortgezerrt und komische Ich konnte es nicht lesen. So. Na, warten wir das noch ab und dann springen wir da mit Schwung hoch. So. Was passiert, wenn man hier dran zieht? Es geht auf. Worum geht es auf und wofür geht es auf? Ah, okay. I know. Ah, du fällst doch da runter. So. Beseitigt. Und ab nach oben. Das war ja mal noch ganz easy. Okay, wir haben drei Türen und wir haben ja Täubchen. Wo wir auch immer den Schaden näher haben. Ich weiß es nicht. Aber gut. Wir gehen in die erste Tür. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Oh, das ist lustig. Ähm. Das habe ich eigentlich da gespielt, als ich gerade meine Playstation neu hatte. Und das war ich glaube in den Osterferien habe ich mir die gekauft oder nach den Osterferien. Also ist schon ein bisschen her. So ein halbes Jahr ungefähr. Gut. Äh. Was wir jetzt machen müssen. Wir müssen da hinten äh dieses Ding auslösen. so, dass wir hier wieder rüber kommen. Und wir müssen jetzt hier durch den Spalt fuck eine Bombe schmeißen. Ah, da habe ich sie wieder verzogen. Jo. Ist halt nicht ganz so einfach hier mit dem Ziel, ne? Wunderbar. Jetzt ist da oben der Strom aus. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt hier wieder durchgehe, dann ist er wieder an. Ne, doch nicht. Ja, das ist doch schön. Ähm. Ja, was ich vielleicht noch sagen könnte. Ich habe mir mal ein Spiel vorgestellt. Das ist das erste Mal, dass ich mir ein Spiel vorgestellt habe. Und zwar ist es Battlefield 1. weil das sieht echt mega gut aus und ich habe da irgendwie Bock drauf. Und das Schöne ist, es kommt in meinen Ferien kommt das noch raus an dem Freitag. Und da wird dann ein bisschen gesuchtet, ne? So, jetzt müssen wir hier schnell runter. So, das ging ja fix. Da läuft ja hier noch alles wunderbar. Oh, das wird jetzt lustig. Und zwar müssen wir nämlich ähm was ist das? Okay, der macht das untere auf und der macht das obere auf. Jetzt müssen wir erst in das obere ein Böhmchen reinschmeißen und dann in das untere. Das ist mega lustig. ja. Wie viel habe ich denn noch? Drei. Ja gut, das ist ja noch schön. Ah, ich habe gespeichert. Oh, super. Ey, das war ja mega gut. Jetzt können wir uns nämlich da oben den Slick holen und uns den Aufzug hochziehen, damit wir nämlich da hochkommen. Aber mit dem können wir nichts weiter anfangen. Ah, ich hole mir mal noch Bremschen. Da kann man ja nie genug von haben. Das habe ich ja schon sehr oft gesagt. Ist aber auch so. So, jetzt muss der wieder runter. Damit wir da hochkommen. Aber, ne, wir können uns können uns nichts holen. Okay, wir müssen die kaputsch machen. Jedenfalls einen davon. Das war scheiße. Ne, war doch gut. Okay, ich wusste nicht, dass die so aggressiv sind. Äh, okay, wir können eh nichts mit dem anfangen. Weil da hinten Licht ist. Wunderbar. Äh, ein Mienchen haben wir, glaube ich, noch. Ja. Und dann schmeißen wir jetzt einfach hier hin. Oh, das war nicht gut. Aber wir können uns die holen, sehe ich gerade. Den kriegen wir. Super. Äh. Okay. Dass man den Toten nochmal töten kann, ist ja megacool. Das wusste ich auch noch nicht. Der lag halt da tot und dann haben wir ihn nochmal getötet. So. Und hier müssen wir jetzt einfach nur mit Schmackes, ne, springen müssen wir doch noch, okay. Was schön ist, wir können nämlich aus dem Rollen können wir springen. Ja. Ist das nicht wunderschön? Wie das auch funktioniert, ne? Muss ich jetzt nochmal gucken. Das funktioniert doch. Warum hat das jetzt eben nicht? Ja, geht doch. So, wir holen uns keine Bämmchen, weil sonst müssen wir obwohl, komm. Ah, ne. Ich dachte, der Strom wird jetzt wieder angelegt. Ich glaube, das haben die gepatcht. Ich meine, das wäre wieder angegangen. Aber, ja. Ich täusche mich ja öfters mal. So. Nummer eins hätten wir fertig. Nummer dos. Nummer dos. Ach, die wurden uns abgenommen, okay. Na ja, gut. Das sieht auch noch aus, dass wir nach rechts laufen müssen. Äh, links laufen müssen. Okay. Okay, wir müssen das in die rüberlocken. Kommt der mit? Dankeschön. So, wir brauchen... Ich möchte, dass einer von denen mitkommt. Kommst du mit? Ja. Ich dachte, der würde Hey Boy sagen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der so gut war. Aber gut. Werden wir jetzt gleich sehen. Speichern wir noch nicht ab. Es kann sein, dass wir den noch brauchten. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich den übernehmen sollte. Okay, den hätte man auch... Fuck, ich hab den gebraucht. Oder? Nee, wir können... In der folgenden... Oh, ja. Alles klar. Alles klar. Ist okay. Das hab ich ja bisher noch nicht gehabt. Was ist denn hier? Aktionsvorschläge. Ach, nix akt... Hallo? Ist doch hier alles aktuell. Problem melden. Nee, komm. Jetzt nicht. Moment halt nochmal. Aber wir haben ja... Da war ja gerade ein... Äh... Ein Safe Point. Ich schätze mal, dass wir ab dem weiterspielen. Mal sehen. Könnte nochmal das schöne Intro betrachten. Das werde ich auch nicht rausschneiden. Gesundheit. Das war meine Mutter, die genießt hat. Übrigens. Ähm... Bei... Gesundheit. Äh... Game Tea. Ich glaub, so heißt das. Äh... Da, wo es offiziellen Merch von... Ähm... Oddworld gibt. Gibt's jetzt momentan Blech... Schilder. Also ein Blech-Schild. Sehr nice. Hab ich mir auch direkt... Eins... Hier ist auch... Guck mal... Obwohl, nee, das stimmt. Ähm... Hab ich mir direkt eins bestellt. Denn es hat sich auch direkt eins mitbestellt. Und da gab's, ähm... Ketten. Also diese Oddworld-Inhabitants-Kette. Also dieses Symbol. Ähm... Ja, das hab ich mir auch gekauft. War recht teuer. Ich hatte eigentlich vor mir zwei Stück davon zu kaufen, dass ich mir eine irgendwie ins Zimmer hängen kann und die andere zum Anziehen. Aber... Dafür war das dann zu teuer. Hä? Hab ich nicht den Hebel gezogen? Tatsächlich hab ich den Hebel nicht gezogen. So. Los! Ich hätt' vielleicht abspeichern sollen. Lalalalalala. Lalalalalala. Wunderbar. Alle gestorben. Ah, das ging doch. Das war doch wunderschön. Dann hätten wir nochmal Bämmchen für uns. Wofür auch immer. Aber ich glaub, die Sloks sind eh tot. Oh, das Geräusch. Tum, tum, tum. Ja, von wegen. Die Sloks sind alle tot. Ist klar. Und da war ich auch tot. Kommt mal, Ali, hier rüber. Die sind schnell als ich. Ei, ei, ei. Okay. Hätten wir das auch geschafft. Nummer drei. Äh. Ich glaube, wenn wir da durchlaufen, dreht er sich erst nach rechts. Oder der macht auch gar nix. Der pennt einfach mal. Wunderbar. Was? No, 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 no. Da ist nix. Da? Oh, no, no, no. Tau, na. Nein. Okay, da ist es nix. Hi.